Hallo und Willkommen zu einem neuen DAX Update. DAX haben wir glaube ich noch nie angeschaut auf diesem Kanal hier und ist auch kein Index, den ich regelmäßig update, aber nichtsdestotrotz gibt es sicherlich einige, die da interessiert sind und ich werde es natürlich versuchen, da wir auch unsere Kapazitäten natürlich ausbauen, regelmäßig den DAX eben auch auf dem Schirm zu haben, da denke ich viele interessiert sind. Grundsätzlich, der DAX macht erstmal einen relativ bullischen Eindruck übergeordnet, das heißt wir haben hier die Situation, dass seit diesem 2003er Tief wir eine Serie an 1-2-Setups haben, also wir hatten hier eine 1-2, hier dann noch eine 1-2 und da läuft eben die Bewegung noch, also von diesem ersten 1-2, da sind wir eben in der dritten Welle, die steht hier oben. Jetzt nicht unbedingt genau, bitte schauen, wo das mal hingeht, das sind jetzt auch erstmal, die muss ich natürlich irgendwo positionieren, dass man überhaupt die Wellen mal sieht. Wir müssen uns auf die nächsten Ziele konzentrieren und auch bitte die Timeline außer Acht lassen, es geht einfach mal darum, dass man hier eine Roadmap hat und dass man mal gefühlt hat, bricht das Ding hier komplett zusammen oder kann der noch die Jahre auch weiter nach oben laufen. Da denke ich, dass zumindest, obwohl es natürlich wirtschaftlich in Deutschland eher nicht so aussieht, aber der DAX sieht generell erstmal relativ solide aus, okay, und auch hier zeigt der DAX, dass von der Chart-Technik her wir jetzt eben in dieser fünften Welle sind, also haben quasi hier eine 1-2, dann eine 3-4 und die fünfte läuft noch und innerhalb der fünften haben wir im Jahr 2021, jetzt zoome ich mal ein bisschen rein, eine Welle 1 ausgebaut und die Welle 2 danach und die hat eben ihren Boden gefunden, das ist zumindest jetzt mal die Primärerwartung hier, das war eben September letzten Jahres, Oktober bei knapp 11.820 Punkten, so, das wäre eben diese 1-2 und da läuft eben jetzt dann auch die Welle 3. Bei Fragen, wenn man das nicht versteht, bitte melden, grundsätzlich wäre die alternative Betrachtungsweise, dass diese Welle 2 vom Oktober letzten Jahres noch gar nicht fertig war, das könnte natürlich nochmal zu einem erheblichen Kursverlust führen, wenn die noch nicht fertig ist, da muss man einfach dann auf die relevanten Unterstützungen schauen, die jetzt imminent wichtig sind, wenn diese anfangen zu bröckeln, ja, und der Boden anfängt Risse zu kriegen, dann wird dieses Szenario wahrscheinlicher, aber solange relevante Unterstützungen halten, kann man sich hier weiter nach oben orientieren und die Chart-Technik hilft uns eben zu verstehen, was sind diese relevanten Unterstützungen. Deswegen schauen wir jetzt mal in die Unterstruktur seit Oktober letzten Jahres, jetzt gehen wir mal auf den Tagesschart und auf dem Tagesschart sehen wir, dass wir seit Oktober letzten Jahres eine dreiteilige Bewegung ausgebaut haben nach oben, bis zu diesem Hoch im Juli. Das sind nur drei Wellen, okay, relativ, relativ klar. Eine dreiteilige Struktur, das heißt, das ist natürlich jetzt die Möglichkeit, dass wir hier nur eine A-Welle nach unten hatten, eine B-Welle und wir kommen in der C komplett runtergecrashed. Das wäre quasi das bärische Szenario, aber wie gesagt, das wird erst wahrscheinlich, sollten wir unter dieses Unterstützungsniveau fallen. Und das liegt bei 14.100 Punkten knapp. Da ist noch viel Spiel, das heißt, das Risiko ist erstmal eminent, nicht unbedingt da. Wo sich halt gerade noch die Frage stellt, kriegen wir in dieser Zone noch ein Tief oder ist der Boden schon drin? Das ist das, was ich halt jetzt beobachte. Gehen wir mal auf den 4-Stunden-Chart. Da sehen wir jetzt diese Bewegung seit diesem Juli hoch, ja, und die ist erstmal dreiteilig. Das ist jetzt erstmal nicht bärisch, das ist jetzt erstmal grundsätzlich bullisch. Das heißt, da muss ich jetzt erstmal keine Angst haben, dass wir hier komplett, dass die Falltür aufgeht, ja. Jetzt ist es halt so, dass wir eine Welle A nach unten ausgebildet haben, eine Welle B. So, das ist jetzt erstmal so grundsätzlich, kann man sich das erstmal anschauen. Dann wäre halt die Idee, dass wir jetzt in der C-Welle runterkommen, in der C-Welle von der 4, okay, die dann eben noch eine fünfte Welle nach oben machen sollte. Zur Erinnerung nochmal, wir haben bis jetzt nur drei Wellen rauf. Für eine bullische Struktur, um eine übergeordnete 1 wieder abzuschließen, das wäre eine fünfteilige Bewegung, die erstmal den übergeordneten Aufwärtstrend weiter bestätigen würde, brauchen wir noch ein Hoch, okay. Und deswegen sage ich, wir haben jetzt drei Wellen nach unten. Dreiwellig nach unten ist halt immer eine korrektive Gegenbewegung, ja. Was wir immer sehen wollen, wir wollen eine fünfteilige Aufwärtsbewegung sehen. Und wenn wir jetzt eine dreiteilige Abwärtsbewegung sehen, dann gibt uns das eben, sage ich mal, einen Hinweis, dass wir auch noch diese fünfte Welle eben nach oben weiterhin sehen können. Das ist halt das, wonach wir schauen. Wir schauen immer nach diesen korrektiven Strukturen. Wenn wir die Korrektur nach unten sehen, die ist dreiteilig, dann können wir von einem weiteren Hoch ausgehen. So, und das heißt, wir haben hier eine A-Welle, wir haben eine B-Welle und die C-Welle wäre jetzt noch am Laufen. Oder das Tief ist halt schon drin hier, dass ich mal gekennzeichnet habe, the low. Es kann nämlich sein, ja, dass wir hier eine Welle 1 abgeschlossen haben in der C, das war das Tief im September. So, und dann wäre das hier eine Welle 2 gewesen, dieses Hoch im September. Ja, also September tief, September hoch. Dann hatten wir eine dritte Welle nach unten. Dann hier entsprechend die vierte Welle wäre das jetzt. Die ist bisher auch nur dreiteilig. Ja, die war etwas über dem Widerstand, der eigentlich ideal ist. Aber wenn wir nach unten laufen, dann sollten wir das von hier tun. Und dann eben die fünfte Welle nach unten. Ich meine, das kann immer auch ein Diagonal sein, ein endendes Diagonal. Dann dürfte auch hier der Widerstand etwas höher liegen. Beim 61,8er FIP, ich zeige das gerade mal, das muss man eigentlich immer berücksichtigen, wenn es um ein Diagonal geht. Aber das ist eigentlich jetzt erstmal nicht die Präferenz gewesen. Aber müsste ich jetzt, wenn er jetzt runterkommt, dann wäre es halt ein Diagonal. Aber das 61,8er sollte man, viel wichtiger als der Widerstand sind natürlich die Strukturen. Also, wenn ich sage, okay, wir haben zwar hier einen Widerstand und er bricht da drüber, dann heißt das noch nicht, dass wir jetzt hier nach oben laufen. Das ist das erste Anzeichen. Besser zu sehen ist es dann, wenn wir eben nicht nur die dreiteilige Struktur haben, die ist nämlich jetzt nur dreiteilig, sondern eine fünfteilige Struktur. Dann wäre das nämlich wieder die erste Welle der übergeordneten fünften. Also, wir haben bis jetzt nur drei Wellen nach oben. Das ist halt jetzt die Sache. Jetzt kann er von hier natürlich noch nach unten kommen. Ich kann das auch so zählen, dass die Bewegung nach unten komplett ist. Im Endeffekt würde aber hier idealerweise noch ein Tief fehlen. Aber ich kann nicht ausschließen, dass er natürlich schon das Tief gefunden hat. Das ist genau das gleiche Dilemma, was wir aktuell beim Nasdaq haben und beim S&P. Die sind gerade quasi in ihren Widerstandsbereichen. Ich muss aber sagen, wenn wir hier über die 15.585 Dollar laufen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier noch einmal ein weiteres Tief machen. Also, im Idealfall wollen wir sehen, fünf Wellen nach oben. Jetzt habe ich nur erst mal nur drei. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein höheres Tief halten und dann machen wir ein höheres Hoch, dann hätten wir fünf Wellen nach oben und dann würde man dann zum Beispiel danach den ersten Rücksetzer wieder als, sage ich mal, möglichen Einstiegspunkt deklarieren können. Das heißt, hier ist es jetzt darum, okay, kriegen wir jetzt fünf Wellen nach oben. Wenn wir jetzt sagen, ich mache das jetzt mal in Weiß hier hin, dass hier das Tief schon drin war, das wäre jetzt so die weiße Zählung, dann könnte man nämlich sagen, dass hier diese Welle 4 hier schon fertig war. Das ist halt die, nicht unbedingt Alternative, aber das ist halt ein Szenario, das durchaus valide ist. Also, beides wahrscheinlich. Das ist halt jetzt gerade so eine Trendwendephase hier. Jetzt geht es halt darum zu schauen, was sagt mir der Markt. Machen wir die fünf Wellen rauf? Und wenn ja, dann kann ich sagen, fünf Wellen über diesen Widerstandspunkt, der ja auch respektiert wurde und wir haben wahrscheinlich den Boden drin. Eins, zwei, drei, dann wäre das jetzt eine Vier und eine Fünf. So, und was ist jetzt die Unterstützung? Jetzt müssen wir erstmal den Wellen gerade anpassen. Also nochmal, es geht darum, wenn wir die ersten fünf Wellen nach oben hier sehen, dann war der Boden wahrscheinlich drin. Und dann kann man danach schauen, okay, kriege ich eine ABC-Korrektur? A, B, C. Und dann kann man hier so wieder einen Trendwendebereich definieren, ja. Das ist natürlich jetzt so die simpelste Struktur. Das ist jetzt auch das Einfachste, das was eigentlich ideal wäre, ja. Und dann wäre es halt so, dass ich jetzt darauf warten würde, ob der Preis das folgende Unterstützungsniveau hält. Und da liegen wir hier, ich mache jetzt mal hier diese, dass wir mal ein bisschen was sehen können, so. Unterstützung, Unterstützung liegt hier bei 15.300. Im Endeffekt muss dieses Niveau jetzt halten. Sonst ist die Gefahr groß, dass das wieder zusammenbricht, dann steigt die Gefahr für ein weiteres Tief hier, ja. Im Endeffekt ist es trotzdem noch das übergeordnet bullische Szenario, weil ich hoffe, das kam rüber. Ja, und das sind jetzt erst mal, erst mal so die bullischen Szenarien. Ich tracke hier natürlich noch viel mehr, auch parallel. Da ist noch viel mehr möglich, aber das sind halt, ich versuche es natürlich auch möglichst simpel halt darzustellen. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, dass man sagt, für alle, die jetzt sich da noch interessieren, dass man sagt, okay, es kann natürlich sein, dass das hier nun eine große A-Welle war, ja, dann kommt jetzt die B nach unten und die C, ja, das geht auch noch, dass ich eine größere dreiteilige Bewegung da entwickle. Das sind dann eher die komplexen Strukturen, da müsste man sich überlegen, wie passt das ins Gesamtbild hier. War zum Beispiel das hier nur eine A-Welle, okay, laufen wir in einer großen B nach oben, aber das ist erst mal zu weit weg, erst mal müssen wir uns hier dran handeln. Gerade bei einem Index gibt es immer sehr, sehr viele Varianten, da darf man das nicht so simpel sehen, auch beim S&P, da tracke ich auch unzählige Möglichkeiten, aber mehr als 2, 3 kann man auch nicht gleichzeitig, sage ich mal, verarbeiten und sich auch so damit beschäftigen. Man muss einfach wissen, das ist jetzt hier die Unterstützung, wenn es darunter geht, dann steigt, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Tief. Wenn wir ein weiteres Tief machen, haben wir hier wahrscheinlich den Unterstützungslevel bei 14.630 Dollar. Ja, das ist jetzt einfach mal so ein Überblick über den DAX, grundsätzlich schon Bullish, ja, das ganz kritische Niveau liegt hier bei 14.090 Dollar im Endeffekt. Das muss im Endeffekt halten, damit wir einen Tief unter dem letzten Oktober-Tief noch vermeiden können auch, ja, und dass es erst mal vielleicht auch eine nette Jahresendrallye gibt. Er hat ja jetzt auch ziemlich deutlich korrigiert seit Juli, genau wie der S&P im Endeffekt auch, also 9 Prozent. Der ist für den Index natürlich schon deutlich, der kann jetzt natürlich noch weiter hier runterkommen, wenn er muss. Interessant ist halt, dass der S&P eigentlich schon ziemlich schon ziemlich, sage ich mal, ausmaximiert hat, was er eigentlich korrigieren darf, aber das sprechen wir in den S&P-Videos drüber. Da gibt es übrigens, wir haben ja letzte Woche unseren Aktien- und S&P-Service gestartet, gibt tägliche Video-Updates zum S&P und zu verschiedenen Aktien. Wer da Interesse hat, schaut mal vorbei, Link in der Videobeschreibung, allerdings noch nur in englischer Sprache verfügbar. Wir arbeiten aber daran, dass das dann auch in Deutsch angeboten wird und ja, da sprechen wir auch manchmal über den Nasdaq, aber der S&P ist eben der Fokus, der jeden Tag da abgeklopft wird. Das ist schon relativ viel Aufwand, das darf man nicht unterschätzen bei so einem Index. Da kann ich 10 Aktien für analysieren, für einen Index. Also das ist wirklich komplex. Okay, aber das ist jetzt erstmal hier so die Idee. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, bitte ein Like da lassen, Abo und einen Kommentar. Vielen Dank. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.